Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play, damit ist das die Origins. Das letzte Mal haben wir die Wachen da unten zusammengekloppt, haben Fred den Händler befreit und so hat uns die ganze Zeit mehr Lines Gelaber angehört. Aber jetzt geht's endlich los. Joa, beste Qualität, naja, auf Jochim, kann ich euch wenigstens irgendwie weiterhelfen? Nein, nein, tu's nicht, Alter. Du kaufst jetzt nicht echt einen. Ähm, ein Schwert für Samurai und einen Langbogen. Geil! Oh man, du bist ja voll arm. Verkaufen wir mal, ich bekomme das nichts. Magiesaat 100, das lohnt sich auch nicht, das lohnt sich auch nicht zu verkaufen. Ich will meinen vollen Topf verkaufen. Der will keinen vollen Topf, was denn das für ein Händler? Jeder Händler will einen vollen Topf und der nicht. Ne, ich mag Fred eindeutig nicht. Ich verkauf mal den Langbogen von Erika. Genau, die sollen jetzt ab jetzt ohne Waffe kämpfen. Ja, ich weiß, warum, warum sollt ihr auch eine Waffe haben? Wie viel kriege ich dafür? Genau um, ja, genau um 20 nicht genug. Die kämpft jetzt ohne Waffe. Äh, ne, ich verkauf einfach ein Gegengift. Ich kauf jetzt einen langen Bogen. So. Awesome. Und jetzt ruste ich die gleich aus und jetzt muss ich noch sagen, ich poste kurz die Aufnahme. Hui! So, und jetzt schauen wir mal. Was schauen wir? Wie's weitergeht. Achso. Schweren wir der alten Oma auf oder lassen wir die da drin vergammeln? Ah, nee, die Oma, also die redet wieder. Ja, okay, schauen wir. Ist das riesig ein, gell? Ja. Okay. Ich darf sowieso du sie wieder lesen, weil ich keine neuen Stimmen mehr hab. Okay, ich hab auch nur drei Stimmen. Okay, warte. Ich denke mir euch von... Ah, okay, nochmal schon. Ich danke euch von ganzem Herzen, liebe Kinder. Oh, das was? Weiß ich. Handy. Äh, wenn wir das nochmal spielen, die alte Oma, lasst mich mal. Oh, das streicht doch nach Hassassina. Tö, 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 tö. Nein! Was, verötet! Macht sie fertig und ihre Freunde gleich mit. Oh, na, oh, ich hab mich verspätet! Gut, didst du das noch mal machen oder? Besondere, richtig geile machen. Ich verteile meine Angriffe, damit ich hilfreich bin. Jeder macht einen, fertig. Dann hast du alle klein. Alle klein hast du einen klein. Alle klein, klein, klein. Ja, Baleine ist schon wieder am Verrecken, die ist eh zu nix gut. Das ist sowieso One-Hit. Vielleicht redet sie da nicht mehr so viel, weil sie ständig steht, wenn sie stirbt. Stimmt. Baleine, auf Baleine! Ich verspreche auch, ich heile sie nicht. Philipp, wir brauchen eigentlich noch. Ach, du, da ist einer kurz vor mir gelobt. Dann werden wir dir die Wache mitnehmen, die wir kriegen können. Baleine ist sowieso ein Noob, die ignoriere ich. Die kann gar nix. Die kann nur reden. Das ist ihre Attacke, die tötet die Gegner mit reden. Ja, sie sterben dann in Langeweile. Ach, schreit wieder her. Hör doch, die Vorausserin! Mach sie fertig und ihre Freunde gleich mit, warum sagen alle dasselbe? Ja, das ist ein einstudierter Spruch, wie gesagt. Ich find's geil, das ist immer noch. Der dahinter versteckt sich hinterm andern. Nein, nicht mich, nicht auf die Nase! Schlag ihn! Ja, das ist ein Bogenschütze, der neigt ihm hinter der Schulter so hoch. Der Bogenschütze, der nur ein Schwert dabei hat. Ja, das ist ein Anzeige-Back. Ich muss richtig hinkucken. Ich muss hinter die Fassade von diesem Typen gucken. Haut mir Leyen, ich will ja nicht mehr zuhören. Tod. Und jetzt level up bitte. Level up! Alter, was geht denn mit Dealer? Double level up all the way! Alter, hab ich überhaupt Gegenstände getroppt? Die droppen mehr gar nix, die Noobs. Oh Gott, sind die Scheiße. Okay, das ist ne Treppe, da geh ich noch nicht hin. Da gehst du wahrscheinlich weiter, nehm ich mal an. Ey, was... Da unten sind Leute! Die hol ich mir später. Ey, der hat Haare. Zu dem musst du hin. Ja, okay. Ich bin schon... Wenn der Haare hat, ey. Nee, da geh ich noch nicht hin, dann kann's auch weitergehen. Meine Fress muss überall weitergehen könnte. Ja, dann gehen wir zuerst zu dem Typen mit Haaren. Ja, das ist sicherer. Warte mal, ich hab auch Haare! Du 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 du. Die Erkenntnis. Ja, ich hab gerade eine Perücke. Ja, keine Haare, die haben hier alle nur Perutten. Nur der eine Typ hat Haare. Boah, ich war so dreist und bin weitergegangen. Mal schauen, was gibt's denn hier. Waren wir hier schonmal? Hä? Ja, waren wir schon zweimal. Ganz im Kreis. Schon die ganze Zeit. WTF?! Irgendwas ist verrückt drin! Oh, sie fährt sich und die rief, meine ich gleich mit? Das haben wir schon einmal gesagt! Und der eine geht es wieder rum. WTF?! Nee, ich bin endlich. Ganz ehrlich, weißt du, was mir gerade auffällt? Nein. Die Torwächter, die supertollen besonderen Wachen, haben nur eine andere Farbe. Hast du eine andere Farbe? Ja, bei den Knieschützern. Seh ich nicht. Der eine. Damit es die dunkler, die außen sind, Alter. Treffen wir an, dann ziehe ich's vielleicht. Bösschen, Kerl! Die Torwächter. Ja, auf mir leid! Gut so! Die Mitte, die roten. Ja. Die Torwächter. Die Torwächter. Ja. Ach ja, stimmt. Das Schwert ist es ja. Ich heile Meleine jetzt absichtlich nicht, damit sie verreckt. Ja. Ja, kille mir meinen Torwächter. Ich kenne sie verreckt. Ähm, ja, dann ist sie tot. Ähm, ja, dann ist sie tot. So wie, äh, Henry Wain? Dann kriegst du sie nie wieder. Ja. Das ist gut. Ja, Meleine ist tot! Komm, hau doch einmal drauf! Obwohl, es ist teuer, die wiederzubeleben. Oh, Unschluss ist tot! Das war jetzt so typisch. Weil eine ist sie nur im Verrecken, die ignoriere ich einfach mal. Ja, die ist ja eine Linie, also. Ich komm schon wieder. Die liegt hier falsch geschrieben auch noch. Das ist, äh, der Style des Spiels. Das macht das Spiel aus, dass alles falsch geschrieben ist. Zillenschlüssel. Ja, jetzt können wir wieder die beiden rausholen. Aber ich hab grad keinen Bock auf die. Ja. Aber der mit den Haaren musst du schon holen, denn. Ja, klar. Der hat aber auch Haaren. Der andere kannst du von mir aus zurücklassen, aber... Ähm, endlich wurde ich befreit. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Ey, das ist nur ein normaler Mann. Ich dachte, das wär jetzt der neue Hauptcharakter. Komm, mach, ne! Ey, der Mann mit Haare, der ist zu fame für mich. Den musst du sprechen. Okay. Okay. Warte. Was sagt er denn? Ich habe den... Okay, warte. Ich brauch eine andere Stimme. Warte. Warte. Das geht einfach ganz normal. Ganz... Nee, das wär zu... 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 Nee. Zu Mainstream. Ich habe das viel, was ich euch geben könnte. Kann. Können. Also bitte, 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 bitte. Bitte, bitte. Nehmt dies als Zeichen meiner unendlichen, unaufhörlichen, niemals endenden, kraftsteinigen Krankheit. Dankbarkeit. Äh, ist dir das gerade aufgefallen? Das ist... Was? Der kann auf? Nee! WTF? Wie ich gerade runtergegangen bin, ne? Ja. Sind die Wachen nicht noch da gelegen? Alle aufm Haufen? Äh... Jetzt komme ich wieder rein, die liegen da fast verstreut? Ja, die haben sich... Der hat die verschlagen, weil der die nicht leiden kann. Der hat die verschlagen, weil der die nicht leiden kann. Ja, jeden Streamwechsel vergehen irgendwie fünf Minuten. Derzeit hat er das gemacht. Der mit den Haaren. Schau. Jetzt beobachten wir ihn heimlich. Schau, jetzt... Obst du dich bereit? Okay. Ich glaube, du merkst das, dass du den beobachtest. Mhm. Aber er ist richtig klar gegangen. Hättest du dir bei Fred mal ein Fernglas gekauft und nicht diesen komischen Bogen. Habs dir gleich gesagt. Viel effektiver. Schau, die Wachen liegen auch woanders. Der ist aber ziemlich schnell, der Mäh. Vielleicht lebt die noch und die tun das, als wären sie tot. Pass auf. Ich weiß eh, woran es liegt, aber... Das sage ich jetzt mal nicht. Nein! Nein, das ist so eine... Die Events resetten sich immer zu der Position, wo sie am Anfang gestanden sind. Ach so. Also die werden jetzt genau da stehen, wo sie gerade vorhin gestanden sind und nicht... Aber sie nach dem Kampf da liegen, wo sie jetzt sind. Ja, das macht sie... Nein, ich bin nicht geheilt! Tja! Fuck it! Item, Heiltrank! Item, Heiltrank! Item, Heiltrank! Los, ich bin einheilend! Item! Ich hab mich gerade noch gerettet. Ich muss die Erde benutzen! Okay, nee. Der ist der Escaping-Skill Nummer 1. Stummfall! Donner! Ah ja! Hm? Das ist nicht der Stummfall, das ist der Männlichkeitsfall. So wie das Name sah, das Bild. Also ich weiß ja nicht. Ich hab mir das Bild auf jeden Fall vor. Hier ist so ein Kreuz in der falschen Stelle. Halt! 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 Die Wachen sind so blöde, die verteidigen die ganze Zeit. Stummfeil ist viel besser als... Nein, ich habe gerade Erde benutzt! Ich habe sie versaut. Jetzt schaffe ich den Endboss nicht mehr. Stummfeil, komm! Ja! Stummfeil zensiert einfach nur. Komm mir leid, direkt noch mal. Schaffst du es noch? Ne, verteidigt. Ich verteidige mich! Warum nicht auf mir leiden? Es kann nicht verteidigen überhaupt. Nix, es hängt nur in Schaden, den du kriegst. Ja doch, das ist dann sehr gut, wenn der Boss plötzlich anfängt in seiner dritten Form zu kämpfen. Ähm, darfst du machen. Der Mann? Ja stimmt, der hat wieder Haare. Warte, ich muss erst vorlesen. Ach, wieder Dankeschön, okay. Ich bin wirklich sehr glücklich, dass es Menschen gibt, die unschönliche Bürger befreien. Ach, das hätte ich ja fast vergessen zu sagen. Und deswegen kriegt ihr dies als Dankeschön. Und ich bin ein Mann, der Mann heißt. Schatzstein erhalten! Da 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 da! Okay. Machst das Wort erhalten! Da da da! Nein, da ist noch ein... Wow! Ein einziger! Oh, da kommt einer! Oh, ich hab mich verspielt! Jetzt bin ich da! Nee, nee, nee! Kopf schütteln! Ach, wir sind irgendwie nicht pünktlich in dem Spiel! Es sind nur zwei! Es ist ein Spielarm! Ich wette, jemand stirbt! Ich spiele ja, der benutzt! Ich dachte, ich konnte es noch einmal einsetzen! Ja, das ist ein Bug! Oh, Melaide ist tot! Ja, ich hab's gesagt! Jemand stirbt in deinem Kopf! Der ist nicht in dem Kampf! Ich bin tot! Victory! Victory! Ich geselle mich mal zu den Wachen und beende auch hier den Part! Die armen Wachen! Wie will sie neben dir liegen? Wie die mich anschauen! Oh, ich bin zu geil! Oh ja, bitte! Da! Von hinten! Okay! Bye! Stoppfeil!